Diese Wasserflasche, die kostet im Supermarkt 1 Euro, die kostet im Restaurant 5 Euro und am Flughafen 10 Euro. Immer dieselbe Wasserflasche von immer derselben Marke. Das Einzige, was sich ändert, ist der Ort, wo sie verkauft wird. Jeder Ort gibt der Flasche einen bestimmten Wert. Und wenn du dich manchmal wertlos fühlst, dann schau mal, ob du dich am richtigen Ort befindest. Schau mal, ob die richtigen Menschen dich umgeben. Weil wenn du dich wertlos fühlst, bist du vielleicht am falschen Ort, umgeben von den falschen Menschen, die dich nicht wertschätzen. Werde dir deines Wertes bewusst. Denn du, du bist unbezahlbar, du bist unfassbar wertvoll. Und ich möchte, dass du das niemals vergisst. Schön, dass es dich gibt. Fühl dich gedrückt. Dein Beyond.